In Sachsen-Anhalt pendeln jeden Tag Tausende von Menschen in andere Bundesländer, weil sie hier keine Arbeit finden. Nach 20 Jahren Einheit sind wir zu einem Volk der Wanderarbeiter geworden. In fast jeder Familie in Sachsen-Anhalt gibt es jemanden, der zum Arbeiten in den Westen Deutschlands fahren muss. Jährlich verlassen 26.700 Einwohner Sachsen-Anhalt. Niedriglöhne und familienfeindliche Politik machen eine lebenswerte Zukunft unmöglich. Monat für Monat blutet unsere Heimat mehr aus. Damit muss Schluss sein. Es muss besser werden in Sachsen-Anhalt. Die Arbeit muss wieder zu den Menschen kommen. Wo ein Wille zur Veränderung ist, da wird sich auch etwas bewegen. Unsere Mannschaft steht bereit. Sachsen-Anhalt ist mir einfach zu wichtig, um es gruppellosen Geschäftemachern zu überlassen. Für Abwanderung, Niedergang und Stagnation sind allein die etablierten Parteien verantwortlich. Das kann und will ich mir nicht länger mit ansehen. Was wir in Sachsen-Anhalt brauchen, ist Arbeit und Sicherheit. Dafür steht die NPD, dafür stehe ich. Weil wir Deutschland lieben. Ja, ich komme nach Hause.